Petty Kelly in den 90ern, Frontmann einer der erfolgreichsten Bands und Mädchenschwarm. Mit seiner Familie, der Kelly Family, war er schon als Baby auf der Bühne. Sein ganzes Leben in der Öffentlichkeit. Wo die Kellys auch hinkamen, sorgten sie für Aufsehen. Mit elf Kindern, langen Haaren und Folk-Music. Entweder man liebte oder hasste sie. Petty Kelly war das irgendwann zu viel. Er suchte das andere Extrem. Sechs Jahre lang war er abgetaucht in einem Kloster in Frankreich und veränderte sich. Heute ist er ruhiger und so sagt er selbst, glücklicher. Die Liebe zur Musik treibt ihn jetzt wieder auf die Bühne. Er ist zurück mit einem Solo-Album und einem neuen, alten Namen. Michael Patrick Kelly. So I left with a rising sun all alone. Und hier heute in Baden-Baden im alten E-Werk. Michael Patrick Kelly. Ich freue mich immer, wenn ich ein Mitglied der Kelly-Familie begrüßen darf. Weil ihr seid immer so herzlich, so warmherzig. Ihr seid einfach gut erzogen worden, nehme ich an. Das liegt daran, Herr Elsner, dass unser Erfolg großteils mit Ihnen zu tun hat. Sie haben uns ja in vielen Sendungen immer eingeladen. Und als ich gehört habe, dass ich nochmal zu Ihnen durfte, dann war sofort ein Ja. Obwohl ich Talkshows nicht so gerne mag, wenn man nicht live spielen kann. Aber Sie nochmal live zu erleben, das hat sich für mich gelohnt zu kommen. Vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt sofort sagen, singen Sie live. Michael, das ist das neue Album hier. Und da sind Sie jetzt als Solist drauf, obwohl Sie oft genug der Solist in der Kelly-Familie waren. Sie waren eigentlich der, der eine Zeit lang die ganze Musik dort auch bestimmt hat. Und sozusagen der Leading Music Man. Waren Ihre Geschwister nicht stinksauer, als Sie plötzlich ins Kloster gegangen sind? Einer davon war stinksauer. Das ist der große Sportler, der Joey. Der hat das nicht verstanden, der konnte es nicht nachvollziehen. Und hat mich auch mächtig beschimpft. Was machst du? Du lässt uns im Stich. Wie soll es weitergehen ohne dich? Aber ich glaube, so nach fünf, sechs Monaten haben wir uns nochmal wieder gesehen. Da war ich schon ein Mönch im Kloster. Und dann hat er mit Tränen in den Augen gesagt, wenn du glücklich bist, dann bin ich glücklich. Und als die sechs Jahre dann vorbei waren, war auch unter anderem der Erste, der angerufen hat, und dann gesagt, ich habe gehört, du bist raus, als wäre ich irgendwo im Gefängnis gewesen. Und brauchst du was? Geld, Auto, soll ich dir eine Gitarre besorgen? Und das war schon cool. Ja, so eine Familie zu haben, ist natürlich ein starker Rückhalt. Warum sind Sie damals in Frankreich in ein Kloster gegangen? Ich habe ein bisschen rumgeschaut. Ich war in Indien sogar bei den Brüdern Zweig von den Mutter-Theresa-Schwestern. Und auch in England, bei den Franziskanern der Bronx nennt man die. Das sind so die Ghetto-Priester, die wirklich in den Slums mit den Jugendlichen versuchen, was Gutes zu tun. Und letztendlich habe ich mich in der Burgund am Wohlsten gefühlt und ich hatte sehr viele philosophische Fragen. Und die haben einen sehr, sehr großen Wert auf Philosophie gelegt, also zusätzlich zu Ora et Labora. Das ist die Devise der Mönche, beten und arbeiten. Und da habe ich meine Antworten auch gefunden. Sie haben die Antworten so gefunden, dass Sie nach sechs Jahren dann wieder weggegangen sind. War jetzt die nächste Gruppe nicht sauer? Sauer nicht, aber Sie haben teilweise auch von sich aus gesagt, wir glauben, dass das nicht deine Berufung ist. Also, dass es vielleicht doch deine Berufung ist, die Musik zu machen. Und das war für mich anfangs auch schwierig zu verstehen. Aber ich habe dann jetzt im Nachhinein irgendwie das Gefühl, dass da auch eine Hand mit im Spiel ist, eine Art Fügung. Weil ein paar Jahre später habe ich meine wunderbare Frau heiraten dürfen. Und jetzt, wo ich wieder Musik mache, merke ich, das ist mein Talent und das ist das, was ich hier auf Erden Gutes tun kann. Aber Ihre spiritistische Ader haben Sie sich behalten, haben Sie nach wie vor. Das heißt, Sie haben einen Bezug zu dieser anderen Welt? Ja, auf jeden Fall. Es ist für mich das Zentrum meines Lebens, könnte man sagen. Also, ich fand das sehr spannend, das Gespräch über Glück. Und mein Glück besteht im Glauben und in der Liebe zu Menschen und in dem, was ich als Musiker tun kann. Und da habe ich meinen Frieden, meine Freude und mein Glück gefunden. Wir kennen ja einige Ihrer Geschwister, die auch eine große Karriere gemacht haben und auch auf vielen verschiedenen Bühnen und Hochzeiten getanzt haben. Die Maite ist ja als Tänzerin unglaublich hervorgetreten auf einmal. Super. Oder der Joey ist ja ein Extremsportler gewesen. Sie sind ja mit ihm auch mal Marathon gelaufen. Ja, insgesamt habe ich, glaube ich, vier geschafft. Aber so extrem, wie er drauf ist, das schaffe ich nicht. Er wollte mich letztens mit nach Kambodscha irgendwie drei Wochen im Dschungel mitschleppen. Er sagt, Joey, spinnst du, wenn ich da von der Mücke gebissen werde, dann... Ja, umso spannender, dann trage ich dich drei Wochen durch den Dschungel. Nee, nee, lass mal, mach das allein. Und, na, für Maite bin ich wirklich sehr happy, sehr stolz, dass sie als mollige Dame es allen gezeigt hat, dass man auch Figur haben darf und trotzdem selbstbewusst und glücklich sein kann. Sie haben riesige Erfolge gefeiert auf der Bühne. Ihr wart Weltstars, das darf man so sagen. Und Sie haben, das sind die alten Geschichten, die immer wieder aufgewärmt werden, im Wohnwagen gewohnt, Sie haben im Schloss gewohnt, und Sie haben so alle möglichen Übernachtungsmöglichkeiten ausprobiert. Als Sie dann sozusagen aus dieser Glamour-Welt verschwunden sind, war das einfach eine Sehnsucht, mal das ganz normale Leben kennenzulernen? Auch, aber ich sag mal, es gab zwei Hauptgründe. Der erste Grund war, ich hatte diesen Hamsterrad-the-Show-Business ein bisschen satt. Wir spielten bis zu 200 Konzerte im Jahr. Und es gab Verträge für Japan, USA auf dem Tisch und ich sollte die unterschreiben. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, ich möchte was ganz anderes machen und die wichtigsten Fragen für mich erstmal klären, über den Sinn des Lebens, über die Gottesfrage und auch meine wahre Identität finden. Wer bin ich wirklich im tiefsten Inneren? Und da habe ich das Klosterleben als die idealste Form gefunden, um das herauszufinden. Und jetzt habe ich Ihre Frage vergessen, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich wollte einfach wissen, ob das eine Sehnsucht war, das einfache Leben kennenzulernen, nachdem Sie ja mehr oder weniger die Scheinwerfer- und Glitzerwelt bis oben hin hatten. Genau. Also einmal gab es diese spirituelle Sehnsucht und dann einfach auch die Sehnsucht, sich ein bisschen zu erden, Kartoffeln zu schälen, Müll rauszubringen, ganz banale Dinge. Ich habe ein Jahr lang in der Wäscherei gearbeitet und habe viel Respekt für Hausfrauen dadurch lernen können. Oder ich habe auch in der Töpferei gearbeitet. Ich habe Sandalen gemacht, also mit den Händen, unbekannt, inkognito in ein Kloster, wo, ja, 25 Nationalitäten da waren und, ich weiß nicht, 60, 70 Mönche aus der ganzen Welt. Und wusste da wirklich keiner, dass Sie ein Kelly sind? Ein paar. Und da gab es auch einen, das habe ich schon mal erzählt, aber das ist so herrlich, das erzähle ich nochmal gerne, der saß dann irgendwann zu Tisch neben mir und meinte, ich war auch mal ein Superstar. Und ich so, wie jetzt? Ja, ich habe in den 60er, 70er mit den Rolling Stones TV-Auschuss gemacht und 5000er-Hallen gefüllt. Ich so, du hier? Ich sage, ja, klar. Also, ja, komm mal ein bisschen runter, du bist nicht der Einzige. Und wer war der? Das war Bruder Bernard-Marie hieß der, seinen Zivilnamen weiß ich nicht. War das Michel Poinareff? Könnte sein, ich weiß es nicht. Den hatte ich auch mal. Ja? Ja, ja, der wollte auch unbedingt irgendwann mal in einem Kloster eintauchen. Der hatte einen Riesenhit, der ist auch mit den Beatles und mit den Stones zusammen aufgetreten. Ach, sehen Sie. Wir werden es recherchieren. Genau, genau. Jetzt kommen, jetzt machen wir mal Werbung hier. Michael Patrick Kelly, Human. Was ist da alles drauf? Es sind Songs, die von Menschen und Menschlichkeit handeln. Ich habe drei große Faszinationen. Das eine ist der Mensch. Was ist der Mensch? Die große philosophische Frage. Und die andere ist dieser Kosmos. Den finde ich einfach unfassbar schön und beeindruckend. Und meine dritte Faszination ist Gott. Und in diesem Album ist, es ist kein religiöses Album, aber es ist ein Album, wo ich den Fokus auf eins von diesen drei Faszinationen gelegt habe. Und es gibt Songs natürlich über die Liebe. Für mich ist die Liebe das Fundament fürs Glücklich und Gesundsein in der Birne zumindest. Und der Song ist über Freiheit, Shake Away. Also diese Single ist ein Song über, ja, Aufbruch, sich freimachen und sich nicht selbst im Weg stehen. Und ist da noch ein anderer Kelly mit dabei im Orchester? Nee, nee, ich habe ein so großes Ego, dass ich keinen Platz für die Geschwister drin gelassen habe. Aber kann das denn sein, dass ihr nochmal zusammen was macht? Vielleicht schaffen Sie das, Herr Elsner. Seitdem unser Papa nicht mehr da ist, gibt es keinen, der auf den Tisch klopft, ja? Wir sind alle so schwierig und vielleicht schaffen Sie das uns mal, irgendwann mal alle zusammen zu kriegen. Sei es nur für ein Konzert, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich mache es auch umsonst, also... Das ist ja ein Wort, das ist ja ein Angebot. Da müssen Sie mir bloß die Adressen von allen besorgen und die Telefonnummern. Aber ich finde es schon mal gut, dass Sie mit mir anfangen. Das ist schon mal ein guter Start. Wo leben die anderen alle? Sind Sie weit verstreut auf der Welt? Die meisten im deutschen Raum, aber es gibt auch zwei, drei, die in Irland leben. Einer wohnt in Spanien und zwei in den USA. Und Sie leben jetzt in Bayern? In Niederbayern, in der Pampa. Da habe ich so ein Landhaus, ein bisschen Land drumherum und zwei Ponys, einen Hund und kann laut Musik machen, ohne dass die Nachbarn sich beschweren. Und haben Sie auch Bienen? Bienen hatte ich. Ich hatte zehn Bienenstöcke, als wir in Irland lebten. Und das waren zwar 60 Kilo Honig im Jahr, aber die hatten auch einen Preis und der Preis war mir irgendwann zu heiß. Und deswegen habe ich dann das meinem Bruder Paul abgegeben. Und der hat jetzt mittlerweile 40 Bienenstöcke, also hat er mehr draus gemacht. Ziegen hatte ich auch, Schafen auch, ein Hängebauchschwein. Und was hatte ich noch? Enten, Hasen. Ich habe auch Gemüse angepflanzt, Ziegenkäse gemacht. Ich habe leider nichts dabei, aber vielleicht bringe ich demnächst mal ein bisschen Irish Paddy Cheese. Und was essen Sie denn am liebsten? Ich, oh. Gestern Abend hat meine Frau mir mein Lieblingsgericht gemacht. Und das ist so irisches Bio-Lachs mit Sweet Potato und davor noch einen schönen Salat. Also diese rötlichen Kartoffeln? Genau, die süß schmecken. Und wenn man sie schön backt, dann werden sie irgendwann so fast wie Sirup, also vom Geschmack her. Das gefällt mir jetzt sehr. Jetzt geben Sie mir noch einen Tipp, weil ich habe hier so viele Zeugen, die jetzt gehört haben. Ich könnte vielleicht mal Papa Kelly vertreten. Der Bart muss noch kommen, ne? Das sind, wie viele muss ich ansprechen? Wie viele seid ihr noch? Zwölf? Zwölf, genau. Zwölf. Und die Adressen kriege ich, die Telefonnummern auch. Kann ich besorgen. Weil, Paddy, ich verspreche Ihnen eins. Ich probiere es. Echt? Und das war Michael Patrick Kelly. Danke. 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 Danke schön.